Leute, ihr seht, hier fehlt etwas. Hier fehlt der Respiri, der 400er. Den habe ich heute zurückgeschickt, weil er Probleme gemacht hat. Und zwar die Taste B und N hat meiste Zeit nicht funktioniert. Also habe ich sie angeschrieben, bei Konrad gekauft und habe ihn heute zurückgeschickt. Und naja, kann ja in der Zwischenzeit den hier nehmen. Ist ja auch ein Respiri, nicht? Aber da brauche ich halt eine Maus und eine Tastatur dazu. Aber die Frage, welche? Nimmt man für so einen kleinen Computer? Aber irgendwie denke ich, wahrscheinlich wird es ja bei den kleinen Computern so ähnlich sein, wie bei den kleinen Kindern. Weil umso kleiner das Kind ist, umso größer muss das Essen, was es haben will.